Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der zweiten Begegnung zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfB Stuttgart mit beiden Cheftrainern. Das Wort hat zunächst unser Gast, Jus Lurukai, bitte. Ja, ich glaube, dass wir heute ein sehr schweres und schwieriges Spiel hatten. Und das hat natürlich auch mit Fortuna zu tun. Friedem hat seine Mannschaft wieder einmal hervorragend eingestellt. Sie waren sehr gut organisiert, gut strukturiert und sie haben uns das Leben richtig schwer gemacht. Sie haben wenig Räume gegeben, sie haben sehr kompakt gespielt gegen den Ball. Und es war für uns schwer, uns in der ersten Stunde da durchzuspielen. Wir haben auch selber uns schwer gemacht, dass wir zu viel und zu schnell Ballverluste hatten. Wir haben zu sehr in die Breite gespielt und nicht so sehr in die Tiefe in der ersten Stunde. Und Fortuna konnte es gut verteidigen, hat so gut wie gar nichts zugelassen. Auf der anderen Seite waren wir eigentlich auch im Spiel, weil wir auch defensiv die Kontrolle hatten. In der ersten Halbzeit auf zwei Momente nach, auf zwei Standards, weil die zweite Bälle waren für Fortuna. Und da hatten wir ein bisschen Glück, dass wir nicht im Rückstand kommen. Ja, und nach dem einzelnen Rückstand hat meine Mannschaft, denke ich, alles versucht bis in die 94. Minute. Sie hat sich selber leider nicht belohnen können. Wir haben drei, vier, fünf Gelegenheiten gehabt, um den Ausgleich zu erzielen. Und Fortuna hat natürlich auch in der Umschaltbewegung zwei, drei Momente gehabt, wo sie vielleicht auch das Zweite hätte machen können. Insgesamt glaube ich, dass meine Mannschaft sich keinen Vorwurf machen muss. Wenn sie aus der einen oder anderen Möglichkeit ihr Tor erzielte, hätten wir zumindest einen Punkt mitgenommen. Aber es ist nicht so. Herzlichen Glück an Friedhelm und an Fortuna. Und wir müssen die nächste Aufgabe wieder annehmen und es besser machen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Jos Lohokai. Gibt es Fragen an den Gästetrainer? Dann gebe ich das Wort an unseren Coach Friedhelm Funkel, bitte. Ja, der Jos hat das Spiel ja schon sehr, sehr gut analysiert und viel hinzuzufügen. Ich möchte meiner Mannschaft aber schon Lob zollen, weil sie genau das umgesetzt hat, was dem VfB auch ein Stück weit wehgetan hat. Denn wir haben sehr kompakt gestanden, wir haben sehr tief gestanden. Das haben wir im Laufe der Woche auch immer wieder trainiert. Und anders hat man gegen diese Mannschaft überhaupt keine Chance mit ihren schnellen, individuellen, starken Spielern. Und Jos hat es ja schon gesagt, wir haben die Bälle in die Tiefe kaum zugelassen. In die Breite konnten sie natürlich spielen, haben wir sie auch spielen lassen. Aber vor dem Tor, das haben wir fast 55, 60 Minuten sehr gut verteidigt. Das kann man aber gegen diese Mannschaft nicht über 90 Minuten. Und auch das ist schon gesagt worden, sie haben dann auch die eine oder andere wirklich große Möglichkeit gehabt. Da haben wir viel, viel Glück gehabt bei der Chance von Terodde zum Beispiel. Die fällt mir jetzt mal gerade ein. Normalerweise macht er diesen Ball rein und dann geht das Spiel möglicherweise 1-1 aus. Also wir haben auch ein Stück weit Glück gehabt, auch mit den Elfmeterentscheidungen. Für uns den Elfmeter, den kann man geben, den muss man nicht geben. Auf der anderen Seite in der Schlussphase, Mattelung, Terodde genauso, den kann man auch geben. Dann hätten wir uns auch nicht beschweren können. Auch da haben wir ein Stück weit Glück gehabt. Aber dieses Glück hat die Mannschaft sich erarbeitet. Und das ist das Fazit für mich aus diesem Spiel. Und Jos weiß das. Ich wünsche ihm natürlich in den nächsten Wochen alles, alles Gute. Und dass er mit dem VfB in die erste Liga zurückkehrt. Dankeschön. Vielen Dank für den Funke. Gibt es Fragen? Dann bedanke ich mich fürs Kommen und wünsche allen eine gute Heimreise. Wiedersehen.